Fanden ihr Star Braben zurück in Assassin's Creed Valhalla. Ich spiele im DLC Dawn of Ragnarok und ich habe hier für euch an dieser Stelle ein Tattoo gefunden. Schauen wir uns das ganze an. Die Tattoos sind hier momentan nicht großartig zu jagen oder ähnliches. Meistens liegen sie irgendwo in der Gegend rum und damit habe ich dieses Tattoo auch schon. Juhu. Und was haben wir bekommen? Die Wiedergeburt für den Kopf. Sehr schön. Und ganz in der Nähe ist noch ein kurzer Film. Den werde ich gleich für euch abholen. Aber das seht ihr dann im nächsten Video. Ciao, ciao.